Direkt nach der letzten Prüfung oder der Abgabe der Abschlussarbeit geht es meist erst richtig los. Da beginnt nämlich die intensive Bewerbungsphase. Auch hier helfen euch unsere Spezialisten bei der Planung, den richtigen Bewerbungstexten, eine ansprechende Bewerbungsmappe und der Vorbereitung auf die Bewerbungsgespräche. Denkt daran, eine gute Planung, Strategie und die richtigen Unterlagen sind eine wichtige Grundlage für einen erfolgreichen Berufseinstieg. Nutzt deswegen die Erfahrung unserer Bewerbungsprofis für euren Erfolg.